10. Die Abstammung des Menschen Vielen Dank, Herr Guth, ich werde darauf zurückkommen. Jetzt plötzlich war das öffentliche Interesse da und rief eine Vielzahl von Rezensionen, Berichten und auch Parodien hervor. Einige Stimmen dichteten mir an, ich hätte die Abstammung des Menschen vom Affen behauptet, obwohl ich da sehr vorsichtig gewesen war. Ich hatte am Ende des letzten Kapitels nur den einen Satz niedergeschrieben, der den Menschen betraf. Much light will be thrown on the origin of man and his history. Viel Licht wird auch fallen auf den Menschen und seine Geschichte. Ich sagte da weniger, als meine Meinung war, doch ich wollte langsam vorgehen, um das Publikum nicht allzu sehr vor den Kopf zu stoßen. Deshalb habe ich vom Menschen nichts weiter gesagt, vorläufig. Mit diesem Thema haben sie sich noch einige Jahre Zeit gelassen, der da wenig war. Ihr Buch über die Abstammung des Menschen stammt erst aus dem Jahre 1871 und machte bei weitem nicht das Aufsehen von 1859 und 1860. Ja, die Schlacht war geschlagen mit dem Jahre 1859 und 1860. Auf das Buch von 1871 kam es kaum noch an. Es gab praktisch keine wütenden Proteste mehr, oder jedenfalls waren die Fronten klar. Keiner musste sich mehr neu orientieren. In dem gleichen Jahr erschien eine Karikatur, die mich als Affen mit weißem Bart in gebückter Haltung über den Boden schleichen lässt. Doch so weit bin ich nie gegangen. Ich habe höchstens erklärt, der Affe und der Mensch hätten einen gemeinsamen Vorfahren. Zum Schluss schreibe ich im Descent of Man doch sehr versöhnliche Dinge nur eben. Wenn die Fronten klar sind, kann die eine Seite die andere Seite nicht mehr hören. Trotz der edlen Eigenschaften des Menschen und seiner hohen Begabung schreibe ich da, trotz der noble qualities and exalted powers gilt doch, Man still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin. Der Mensch trägt in seiner körperlichen Gestalt den unauslöschbaren Stempel seiner niederen Herkunft. Das macht mir Ihre Gestalt und das Gespräch mit Ihnen so angenehm wie möglich, Herr Darwin. Sie achten auf die Grenze des Wissens, doch was Sie wirklich wissen, das wollen Sie nicht unter den Scheffel stellen, selbst wenn es Ihrer eigenen früheren Weltsicht widerspricht. Wissen Sie, Herr Darwin, hier hätte ich Lust, einen kleinen Schlenker zu machen, um über externe und interne Diskussionstechniken mit Ihnen zu reden. Es wird Sie interessieren, zumal ich Ihnen schon von vornherein einen sehr guten Platz in der Technik des fairen Diskutierens versprechen kann. Ja, gerne doch. Ich habe immer schon gedacht, es gibt faire und unfaire Methoden bei dem Streit um Gedanken und Systeme. Ich meine, ich habe es gespürt. Manchmal war mir bei der Verteidigung meiner eigenen Theorie durch die Freunde nicht immer ganz wohl, obwohl ich dann darüber hinweg gesehen habe. Thomas Huxley haben die Leute meinen Bulldogge genannt, weil er die Theorie in der Öffentlichkeit so aggressiv vertreten hat, wie ich es gar nicht geliebt habe. Doch das ist ein anderes Thema. Zuerst müssen wir also wohl sagen, was extern und intern bedeutet. 11. Externe und interne Kritik Ja, ich würde vorschlagen, Herr Darwin, folgende Definition zu verwenden. Eine externe Kritik liegt dann vor, wenn ich eine Theorie, eine Meinung oder eine Welt sich deshalb ablehne, weil mir die Ergebnisse der Theorie nicht behagen, was vor allem dann der Fall ist, wenn das Ergebnis meinen Interessen widerspricht. Dann geben Sie mir etwas zu sehen, eine Anschauung, ein Beispiel. Das sagt mehr als tausend Worte, Herr Gould. Jeder Alltag ist voll davon. Ein berühmtes Beispiel ist Kopernikus. Die Sonne soll stillstehen und die Erde sich um die Sonne drehen? Das steht bei Aristoteles und in der Bibel ganz anders. Also kann die Meinung von Kopernikus nicht richtig sein, riefen die Philosophen und Theologen im 16. Jahrhundert aus. Die Gründe, warum zuerst Kopernikus und dann fast alle Astronomen die Erde in Bewegung gesetzt haben, interessierte diese Leute nicht. Später weigerten sie sich sogar durch das Fernrohr zu blicken, weil auch Aristoteles keines benutzt hatte, sagten sie. Da ihnen die Ergebnisse der kopernikanischen Theorie nicht passten, deshalb musste die Theorie falsch sein. Das ist externe Kritik. Übrigens würde ich den Kardinal Bellarminter ausnehmen. Seine Ermahnung Galiles aus dem Jahre 1616, die Erdbewegung nur als Hypothese zu lehren, ist ein legitimer Kampf um die Wahrheit auf der internen Ebene. Oder ich will das Beispiel von 1860 nehmen, das so durchschlagend ist und das mich doch auch auf die Idee von externer und interner Kritik gebracht hat. Ich meine das wilde Streitgespräch zwischen Bischof Wilberforce und Thomas Huxley bei der Oxford-Evolutionsdebatte im Jahre 1860, die von der British Association for the Advancement of Science veranstaltet wurde. Der Bischof bekämpfte die Evolutionslehre, weil sie seiner Ansicht nach dem christlichen Schöpfungsglauben widerspricht. Ich sage seiner Ansicht nach, denn am Ende sehe ich persönlich die Schöpfungslehre mit der Evolutionslehre in großer Konvergenz. Doch vielleicht 1860 war eine solche Sicht wohl noch nicht möglich. Ja, meinetwegen bleiben wir bei 1860. Ich verstehe. Der Bischof hat sich nach Erscheinen des Buches nicht ein paar Monate hingesetzt. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, meine Argumente anzuschauen. Wenigstens die wichtigsten hätte er sich vor Augen führen sollen, wie ich 25 Jahre lang damit verbracht hatte. Er hat einfach die Ergebnisse verglichen, um mir dann auch noch aus Bequemlichkeit die Ansichten des Buches Vestige unterzuschieben. Sie wissen schon, dieses anonymen Skribifax, dessen Name Sie mir vorhin entdeckt haben. Huxley konnte ihm in dem erhitzten Gespräch von Oxford seine völlige Ignoranz nachweisen. Er hatte kaum eine Zeile in meinem Buch gelesen. Da für ihn die christliche Lehre absolut unbefragbar war, meine Theorie scheinbar anderes über die Entstehungsweise der Lebewesen sagte, stand für ihn fest, die Evolution der Arten ist falsch, es gibt sie nicht. Die Gründe, warum ich das gesagt habe, warum ich es sagen musste, haben ihn nicht interessiert. Genau, das möchte ich die externe Kritik nennen, Herr Darwin. Unsere Urteile im Alltag bestehen zu 99% und noch mehr aus externer Kritik. Wir hören zwar die Meinung des Anderen, doch im Normalfall hören wir nur das Ergebnis, nicht die Gründe. Und wenn es uns nicht passt, das war zu meiner Zeit auch nicht anders. Fast möchte ich sagen, es geht gar nicht anders. Im Normalfall jedenfalls nicht. Ich muss im Leben viel zu viel schnell entscheiden. Wer nur interne Kritik üben möchte, würde dem Wahnsinn der Gerechtigkeit verfallen. Schauen Sie sich meinen Fall an. Ich bin auf die Gründe eingegangen, die mir die Natur vorgelegt hat, obwohl mir das Ergebnis zu Anfang gar nicht gefallen hat. Vielleicht hätte ich wie Bischof Wilberforce reagieren sollen, einfach nicht mehr auf die Erfahrung zu schauen, dann hätte ich ein ruhiges Gewissen gehabt. Zuerst und dann der Oberfläche gewiss, Herr Darwin. Und jetzt interessiert mich, was passiert, wenn ich auf die internen Gründe einer Meinung höre, deren Endergebnis ich nicht teile. Ich werde auf jeden Fall aus dem Sattel gehoben. Meine eigene Existenz, die ich ja mit einiger Überlegung für gut begründet gehalten habe, kommt ins Wanken, wenigstens für einen Augenblick. Sie machen es spannend, das muss ich sagen, doch Sie haben schon recht. Wenn man wirklich zuhört, ist die Gefahr groß, aus dem Sattel geworfen zu werden, und ob man wieder dorthin zurückfällt, steht sehr in den Sternen. Bei mir hat der Augenblick 10, 20 oder mehr Jahre gedauert, und ich bin nicht wieder in den alten Sattel zurückgefallen. Jedenfalls bis heute nicht, Herr Darwin. Ich will Ihnen ja später einen Weg vorschlagen, der Sie aus dem Konflikt zwischen Gott und Evolutionslehre herausführt. Ich meine allerdings, in dieser allgemeinerte abstrakten Diskussion können wir nicht fortfahren. Alle möglichen Reaktionen sind hier denkbar. Wir sollten uns auf den Fall beschränken, der hier der wichtigste ist, auf den Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Glaube. Wenn Bischof Wilberforce sich die internen Argumente angehört hätte, wäre die Artenkonstanz auch für ihn nicht mehr zu halten gewesen. Dann wäre ihm der Schöpfungsbericht der Bibel entglitten. Und dann? Hätte er es geschafft, ihn auf neue Weise zu lesen? Möglicherweise, doch wenn nicht, dann hätte er wohl sein Amt als Bischof aufgeben müssen. Das Gleiche hätten sehr viele Kleriker der englischen Kirche tun müssen, denn die Wissenschaft auf unserer Insel lag damals weitgehend in den Händen von solchen Leuten. Sie hätten alle ihre Posten verloren, wenn sie die interne Kritik zugelassen hätten, und haben zum Teil ihre Posten auch wirklich verloren, als sie sich zur Abstammungslehre bekannten. Wir sollten einmal die Position eines anderen Theologen beleuchten, der vielleicht der größte englische Denker im 19. Jahrhundert war. Ich meine, die Position von John Henry Newman. Zwölftens John Henry Newman Seine Lebenszeit deckte sich fast ganz mit meiner Zeit, und doch sind wir uns nie begegnet, weder geistig noch leiblich. Er hat natürlich den Streit um die Evolutionslehre mitbekommen, doch, so viel ich weiß, hat er sich peinlich herausgehalten. Hat er sich nicht sogar gegen Peli gestellt? Und hat er dessen Denken, Gott in der Natur zu suchen, nicht sogar einen Kardinalfehler genannt? Doch auf der anderen Seite, zu den liberalen englischen Anglikanern, von denen sich einige auf meine Seite geschlagen hatten, wollte er auch nicht gehören, deshalb ist er katholisch geworden. Die liberalen Anglikaner mit Evolutionsneigung wurden nach der Diskussion von 1860 durch die eigene Kirche verurteilt und suspendiert. Stellen Sie sich das vor, weil die sich für eine biologische Lehre entschieden hatten, für die Transmutations- oder Evolutionslehre, deshalb wurden sie theologisch bestraft. Die Clergymen müssen wohl ziemlich viel Angst gehabt haben vor mir. Herr Darwin, jetzt werden Sie wie Chambers und genießen im Geheimen den Schrecken, der von Ihnen ausgeht. Oh ja, tut mir leid, da ist mir die Zunge entglitten, was mir nicht oft, doch dann und wann im Leben passiert ist. Ich habe mich gefragt, Herr Darwin, wie Newman denn geistig überlebt hat. Ich meine, nicht die Schwierigkeiten, die er von Rome hatte oder mit Kardinal Manning, ich meine einfach die Ideen im hochmechanischen 19. Jahrhundert auf der Insel, die doch für geistiges Leben eigentlich keinen Raum übrig ließen. Darauf konnte er doch nicht mit Gleichgültigkeit reagieren. Hat er auch nicht. Ja, für einen wachen Geist halte ich Newman auf jeden Fall. Und auch für einen redlichen. Er muss sich mit der Biologie und der Mechanik beschäftigt haben, doch ich weiß nicht, wie er sich gerettet hat. Ich nehme an, wie das zu der damaligen Zeit nur gerade eben möglich war. Ganz haarscharf hatte sich vor der Mechanik in Sicherheit gebracht. Ich habe hier ein Stück einer Rede aus dem Jahre 1854, die er bei der Eröffnung der medizinischen Fakultät in Dublin gehalten hat. Da sagt er, ähnlich unpassend wäre es, wenn ein Naturforscher fragte, wie die Phänomene und Gesetze der materiellen Welt ursprünglich entstanden seien, wo doch seine Aufgabe ganz einfach die ist, festzustellen, was sie sind. Und dann überlässt Newman dem Forscher den ganzen Bereich der äußeren Welt, das ist die belebte und unbelebte Natur. Für den Philosophen und Theologen reservierte gerade nur die innere Welt als Existenzfrage. Warum ist etwas und nicht vielmehr nichts? Umgekehrt wird in diesem Falle der Naturforscher zurückgewiesen. Die Fragen, sagt Newman, was jenes letzte Element sei, das wir Materie nennen, wie sie entstanden, ob sie je aufhören könne zu sein, ob sie je nicht existierte, diese und hundert andere Fragen ähnlicher Art wird er nicht berühren. Ja, ja, der alte Trick. Natürlich können wir Naturwissenschaftler nicht sagen, warum die Welt überhaupt da ist, warum die Materie durch den Raum saust, warum die Naturgesetze so sind, wie sie sind, warum nicht einfach gar nichts da ist. Doch für die Abwehr von Agnostik oder Atheismus ist das ein bisschen dünn, meinen Sie nicht auch, Herr Gould? Da ist mir ja der alte Paley noch lieber, der wenigstens das Bedürfnis gefühlt hat, sich die Natur genauer anzuschauen, auch wenn er sich dabei maßlos verrannt hat. So wie Newman es macht, da scheint der Inhalt der Naturwissenschaften völlig belanglos zu sein für die letzten Fragen des Menschen. Aber stimmt das? Ist die Natur belanglos für das Humane oder für das Göttliche? Das kann doch nicht der Fall sein. Außerdem bricht Newmans Argument zusammen, wenn die Natur ewig und die kausale Gesetzmäßigkeit der Natur determiniert wäre, wie wir doch alle mit guten Gründen damals gedacht haben. Wenn diese Gesetze Fixed Law sind, dann kann Newman die Freiheit Gottes oder des Menschen in den Wind schreiben. Dann bekommt er höchstens noch einen Deismus zustande. Er hat fein die Augen zugemacht, der edlen Newman. Er hat der religiösen und kirchlichen Tradition mehr geglaubt als der Wissenschaft. Und am Ende hat er vielleicht sogar Recht gehabt, wenn das stimmt, was Sie mir sagen wollen, Herr Gould. Im 19. Jahrhundert war es ein Wabankspiel, doch womöglich hat Newman die Bank gewonnen, will sagen gesprengt. Und zur Ehre meines 200. Geburtstages, das heißt ein Jahr später, am 19. September 2010, wurde er jetzt selig gesprochen, weil er sich von mir nicht hat verführen lassen. Gegen alle Argumente der Wissenschaft hat er die höhere Ahnung bewahrt und der Tradition der Kirche vertraut. Vom Standpunkt der Wissenschaft des 21. Jahrhunderts mag seine Haltung sogar vernünftig sein. Im 19. Jahrhundert war sie es nicht. Natürlich, Herr Darwin, ist das Argument von Newman ein bisschen ärmlich, weil er den Reichtum seines Argumentes nicht erkannt hat. Ich will sagen, nicht erkennen konnte. Erst heute haben wir die große Vernunft in seiner Haltung erkannt. Existenz und Essenz gegeneinander zu stellen, ist ein uralter Gedanke, der immer wieder neu aufgelegt wird. Bei der Essenz fragt man nach dem Inhalt der Natur. Das mag die Naturwissenschaft tun. Bei der Existenz fragt man, warum die Natur überhaupt vorhanden ist. Damit kommt man zur Theologie. Kann man kommen, müsste ich genauer sagen. Ja, man kann vielleicht. Vielleicht kann man. Obwohl, damals sprach bei uns wenig für ein solches Ziel. Mit dem Argument Newmans von der rätselhaften Existenz des Seins hätte ich mich auch gläubig halten können. Doch wenn die Welt zugleich ewig ist? Nein, nein, nein. Bei einer ewigen Welt braucht man nicht mehr zu fragen, warum sie ist und nicht vielmehr nicht ist. Sie ist einfach ewig da. Bei Gott fragen sie doch auch nicht, warum er auf ewig da ist. Da haben Sie recht. So geht es nicht, Herr Darwin. Doch ich bin nicht der Anwalt von Newman. Ich habe seine Ansichten nur angeführt. Kommen wir noch einmal auf die internen Argumente zurück. Wer Zeit und Kraft hat, sich darauf einzulassen, gelegentlich, wenn ihm Frieden und Muße geschenkt ist, lernt auf jeden Fall etwas. Er kann in diesem gefährlichen Fall des internen Hörens wachsen an Wissen und an Weisheit. Ich meine, in der Evolutionsdiskussion sehen wir doch deutlich, worum es bei der Gottesfrage geht, wenn sie von den Naturwissenschaften berührt wird. Da bin ich aber gespannt. Ich dachte, wer Gott ist, das ist klar. Er ist das Erste und das Letzte Sein, das Prinzip. Es geht nur darum, ob er existiert. Genau umgekehrt verhält es sich, Herr Darwin, nach meiner Meinung. Tut mir leid, ich habe es schon gesagt. Für die Existenz Gottes kann man sich an das Sprichwort halten, das schon Luther in seinem Katechismus verwendet hat. Woran du dein Herz gehängt hast, das ist dein Gott. Welche Eigenschaften sollte denn Gott zuerst haben? Er ist das Ganze. Und wenn ein Naturalist sagt, alle Wirklichkeit ist Natur, dann ist die Natur für ihn auch Gott. Denken Sie nur an Spinoza, der hat ausdrücklich Gott und Natur in eins gesetzt. Deus Sive Natura. Ja, wenn Sie das so sehen, dann war ich sicherlich kein Atheist, einfach weil es nach Ihrer Meinung keinen Menschen gibt, der nicht in seinem Herzen irgendetwas für die letzte Wirklichkeit hält. Und ich auch nicht. Also war ich vielleicht ein Spinozist, das heißt, ein Pantheist. Das ist der Vorteil unserer Diskussion jetzt. Wir kommen zu den Punkten, worum es eigentlich bei Theismus oder Atheismus geht. Lassen Sie mich raten, Herr Gould, es geht um die Güte Gottes, um seine Barmherzigkeit. Wenn ich da an meine kleine Annie denke, da war er nicht barmherzig. Wir müssen vielleicht noch vorsichtiger sein, Herr Darwin. Vor der Barmherzigkeit kommt, ja, die Gerechtigkeit Gottes, doch in dem Falle sehe ich auch schwarz für Sie, wenn Sie die Welt für gerecht erklären wollen. Nein, nein, ich meine, vor der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes liegt noch eine andere Eigenschaft. Es ist die Freiheit. Es hat alles keinen Sinn, mit Gott in ein Verhältnis zu treten, wenn ein Verhältnis gar nicht möglich ist. Dazu braucht es Freiheit oder Personalität auf Seiten des Menschen und auf Seiten der Wirklichkeit insgesamt, was ja unser Gottesname ist. Mit dem gesichtslosen Gott Spinosas tritt niemand in ein Verhältnis, weil jedermann nur ein Teil von ihm ist. Nun ja, recht schön. Ich muss mich auch gar nicht ärgern in Ihrer Rede, doch für wahrhalten kann ich sie auch nicht. Wie wollen Sie denn die Freiheit des Menschen oder gar Gottes beweisen? Beweisen ist übertrieben, nur plausibel machen will ich diese Freiheit. Oder vielleicht noch etwas genauer, ich will ein Doppeltes zeigen. Zum einen können wir den materialistischen Atheismus zurückweisen, der sich früher mit einigem Recht auf die deterministische Notwendigkeit in der Natur berufen hat. Dieses negative Ergebnis halte ich für bewiesen. Atheismus kann man mit der Wissenschaft nicht mehr begründen. Für das positive Ergebnis, für die Möglichkeit der Freiheit, kann ich gute, plausible Gründe anführen, die uns von der Freiheit in der Natur sprechen lassen. Newman hat das übrigens wunderbar geahnt, als er sich gegen Paley gewandt hat. Seine Worte waren so, Ich glaube an den Entwurf in der Natur, weil ich an Gott glaube, nicht umgekehrt. Ich glaube nicht an Gott, weil ich einen Entwurf sehe. Die Freiheit Gottes erkenne ich nur im Einsatz meiner eigenen Freiheit. So verstehe ich Newman hier. Ich glaube nicht, dass er die Freiheit ist, dass er die Freiheit ist,